willkommen auf dem jack city super speedway neu heute und zum ersten mal offizielles rennen 1 zu 24 autos mit dem team von jack jack porsche 917 nummer 35 mad fährt zum ersten mal offiziell mit die amerikaner ford gt40 mit nummer einser startauto und der leutnant fährt die 006 carrera porsche startet das zf auto mit mainzlmännchen die nummer 7 für das qualifier noch die größte änderung wir fahren jetzt dieses rennen nicht 132 sondern 124 dies heißt die autos sind um einiges größer und dadurch nicht ganz so schnell aber um einiges besser zu fahren das heißt nicht ganz so schnell sind ähnlich schnell aber die fahren realistische geschwindigkeiten auf der langen erreichen sie umgerechnet eine geschwindigkeit von etwa 300 maximal ja maximal 300 das würde auch nicht ungefähr so hinhauen von daher ist das viel realistischer geworden die autos sind größer aber das passt ja alles denn die schienen sind ausgelegt für 1 zu 32 oder 1 zu 24 autos und gleich geht es los zum qualifier hier auf dem jack city super speedway das ist ja 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 das ist das ja 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 ich ja 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 ich ja ja Was ist denn? Ich bin hier ein Polter. Wer geht noch auf? Ich weiß, wir sind ja alle Polter, wir waren hier auf. Der geht noch auf? Dann kommst du zu mir her, wir haben es ja hier. Alle waren Polter, die Polter, die waren hier auf. Ich weiß, ich bin langsam, weil kurz der Polter es war, das kann ich sein. Wer weiß, die Alkohol? Vorsicht! Wenn es einen ausschaut ist, dann hat er ihn wieder genommen. Kannst du auch machen. Bereit machen zum Start. 5, 4, 3, 2, 1. Der Start hat einen Abstand von 0.000. Der Start hat einen Abstand von BYU. Der Start hat einen Abstand von BYU. Der Start hat einen Abstand von BYU. Der Stand der BYU. Die Abstandsfläche. Die Publikation. Wenn der letzte Fahrt ist, können wir nicht so dann die Kuh benutzen. Du bist ja letzter. Die Abstandsfläche. Ja, klar. Garni! Tschüss. Schönen Sie so was? So, jetzt kann sie ganz gehen. Ich hab den hinterflächen. Ich hab den hinterflächen. Ich hab den hinterflächen. Oh! Ich hab die Scheiße. Ich hab den hinterflächen. Ich hab den hinterflächen. Der hinterflächen geht. Oh! Oh, der ist eigentlich nicht. Weh, wie weit das noch? Nein, das ist doch toll. Da kommt jetzt hier. Schaff, schaff, schaff. Das schließt sich mit dem Schiff. Noch? Ich warte, bitte hier. Das schaff, ja. Schaff, 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 schaff. Schaff, 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 schaff. Die Kirche Alle Zeit! Alle Zeit! Auch bei den Landen. Check checken ist der Wettel nach einer Plastik. Dann lasse dich feiern. Sie hat abschließend der Autos. Der kommt dann auch noch. Der hat ja jetzt 14 Minuten. 3, 4 Minuten. 4 Sekunden. Schneller wäre der Mähtier. 23 Sekunden. 23 Sekunden. Man geht um den Strom. Das kann man da oben. Das kann man da oben sitzen. So, da fährt der Mädels drei Sekunden schneller hier. Hier morgen stehst du heute in einer Hände mit der Kamera. Und hier stehst du heute in einer Hände mit der Kamera. Das ist ganz normal. Da haben wir jetzt zu spät gesündet. Oder unerloch sejaht. Da haben wir jetzt zu spät gesündet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die 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 ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.